hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe alles wissenswerte in drei minuten in forza horizon 4 und heute geht es um dieses fahrzeug den renault clio v6 und der name verrät schon das ist ein besonderer clio das v6 steht nämlich für den motor also einen heckmittelmotor den der wagen bekommen hat in v6 bauweise quer eingebaut hinter den vordersitzen dafür musste natürlich die zweite sitzreihe weichen und der wagen hat in seiner zweiten ausbaustufe die wir hier im spiel haben 254 ps die ungezügelt an die hinterräder weitergegeben werden was übrigens auch eine änderung gegenüber dem normalen clio ist der frontrad getrieben war übrigens hatte renault überhaupt nicht geplant das fahrzeug für die straße zu bauen sondern ursprünglich basiert der clio v6 den wir hier sehen auf einem rennsportkonzept das eigentlich 1998 auf dem automobilsalon in paris vorgestellt wurde die begeisterung für dieses modell war damals jedoch so groß gewesen dass man sich bei renault dazu entschieden hat eine kleine serie zu fertigen und insgesamt von diesem modell 2935 einheiten zu produzieren das ganze über fünf jahre verteilt zwischen 2000 und 2005 und der clio war übrigens überhaupt nicht günstig gewesen das modell kostete in der zweiten ausbaustufe die wir hier gerade sehen knapp 40.000 euro doch dafür bekam man auch eine ganze menge renault rennsport geboten so hat das fahrzeug nicht nur die optische seite aufgehübscht bekommen wie man an dem sehr deutlichen white body kit sehen kann und an den mittig angebrachten auspuffendrohren sondern darüber hinaus ist auch das gesamte fahrwerk überarbeitet worden so hat das fahrzeug beispielsweise mcpherson frontfederbeine eine mehr lenker konstruktion die individuell konfigurierbar ist an der hinterachse und sogar einen quer stabilisator aus dem rennsport clio trophy zusammen mit den oz super turismo felgen und der spezial bereifung 205er auf der vorderachse und 235er im heck schafft es der wagen in 5,8 sekunden von 0 auf 100 und eine höchstgeschwindigkeit von 250 kmh doch wer nun glaubt er muss in einem brettharten abgespeckten sportler für die straße sitzen auch der hat sich hier getäuscht denn renault verpasste dem clio v6 sogar eine ganze menge hochwertiger ausstattung so hat der wagen im innenraum nämlich leder und alcantara bezug egal wohin man schaut darüber hinaus gab es einen sechsfach CD wechsler was für die damalige zeit wirklich schon luxus ausstattung gewesen ist und auch nicht selbstverständlich war die servolenkung die elektrischen fensterheber und eine zentralverriegelung mit fernbedienung übrigens hat sich renault in mittlerweile fünf clio generationen nie wieder getraut einen sechszylinder motor in eines dieser kleinwagen modelle einzubauen und alleine deshalb ist der clio den wir hier haben schon ein kleines stück geschichte ich hoffe auch dieses mal ich konnte dir mit dieser kleinen alles wissenswerte in drei minuten ausgabe ein klein wenig leben in die seele deines clio v6 einhauchen und die vielleicht dazu motivieren das ein oder andere mal mit diesem schicken gefährt auf die straßen großbritanniens zu fahren in jedem fall bedanke ich mich bei dir fürs zusehen und hoffe wir sehen uns auch im nächsten video wieder bis dahin macht's gut ciao 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 Ciao